Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe von Juli etwas näher gebracht. Snubjes! Ne, ich habe es noch nicht geschafft. Und ja, ich habe halt auch noch die 7er, die 8er, 9er, 10er. Auch die Elbhock. Ja, aber ich meine, wir sind ja auch entklar. Und ich habe auch letzte Woche schon die Elbhock-Klausur. Ja, meine Freizeit ist auch nur begrenzt. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema. Was ist denn mit Florian los? Was ist denn mit Carsten los? So, ich habe euch ein paar Zettel mitgebracht. Bitte nehmt euch dazu jeder 14 Zettel von den Stapeln. Braucht jemand noch Wörterbücher? Ja, ich wohne lieber weg. So, hier sind die Wörterbücher. Ich wohne noch eben die Zahl. Wie will ich da vorlesen? Komm up, was ist mit der rechten Seite? Ihr lasst mir keine Wahl. Unuka. Oh, nö. Schade, Simone. Dann musst du wohl vorlesen. Jetzt geht gleich nach unten. Ja, ja, ja. Okay. Hey, ihr müsst noch Stühle hochstellen. Ich bin einfach hier drin. h